Da wären wir. Okay. Wie du meinst. Tessa sollte am Grab ihrer Eltern sein. Nicht weit weg vom Eingang. Sucht nach einem großen, krummen Baum. Unverfehlbar. Ich sehe dann mal nach meinem Onkel. Viel Glück. In Ernst. Du wirkst ziemlich versteckt. Ich war nie ein großer Fan von Friedhöfen. Besonders so. Ja, ist klar. Ich verspreche, danach können wir uns am Haus ausruhen. Okay? Wirst du wieder weglaufen? Das Raunen des Rinnsalzes, das nie verstummt. Mit wallendem Klang und hohlem Hall. Seit Hügel kaum mehr waren als Felsenkahl. Dann gucken wir mal. Sag mal, bist du hier zurückge... Es ist nicht so laut. Besser? Ja. Warum, meine Leute, man muss doch auf Friedhöfen immer nur flüstern? Ich weiß nicht. Hängt bestimmt mit Spiegelneuronen zusammen. Äh, was? Na man tut, was man sieht. Äh, ja... Äh, wie dem auch sei. Hast du jemals wieder hier gewesen? Seit der Beerdigung? Nein. Es gab nie einen Anlass dazu. Zum Glück. Okay. Unsere Mutter bleibt uns immer hier entfernt. Super seltsam. Mom, warum kommen wir ständig hierher? Stört es dich? Nein. Es ist nur komisch, weil wir keine dieser Leute kennen. Ich meine, außer Eddies Mom. Es schadet nie, hallo zu sagen. Weil sie sehr einsam sind. Ganz recht, Liebling. Und, mein dich mal. Auch wenn ihr sie nicht habt, bleiben sie bei euch. Hier drin. Immer hier. Mom? Immer. Sie hat uns geliebt. sehr. Manchmal war es, als lebt sie unter dieser Liebe. Glaubst du, sie hatte einfach nur Angst, uns zu verlieren? Ach, gerne. Ich auch gerne. Ja. Aber, ich weiß nicht. Die meisten Eltern fürchten, ihre Kinder zu verlieren. Hm. Na. Ich hab keinen Bock zu essen. Na. Ich hab keinen Bock zu essen. Aber, Kinder Tessa. Sehen wir uns nach dem Grab ihrer Eltern um. Nicht, dass wir am falschen Fleck sind. Meinst du, Meike könnte es falsch in Erinnerung haben? Tja, da ich Inventur mit ihm gemacht habe... Ja. Taylor Phillips. Ja. Das ist... Taylor Phillips. Und Robbenbäcker. Ja, wir müssen ein bisschen einbauen, klar. Warte. Nimm meine Hand, wenn du magst. Ich kann alleine reden. Das geht schnell, okay. Danach essen wir was. Der Tag der Beerdigung. Ich erinnere mich kaum. Das ist vermutlich besser so. Ich glaube, keiner von uns ist scharf drauf, diese Beschehnisse erneut zu durchleben. Hey, ich weiß, ich habe gesagt, wir müssen nicht an den Grab gehen. Aber es fühlt sich an, als wäre es das Richtige. Ja, genau. Jesus, Abazza. Ein Leben voller Erinnerung. Was soll das heißen? Kein Plan. Ich denke mal, es geht hier in einem Fall. Es wirkt auf jeden Fall so. Hops. Ich gehe nicht hin. Allison, komm zurück. Ja, guck mal drauf mal zu einem Totem hin. Ich lasse dich nicht fortnehmen. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Du hast es versprochen, Allison. Mir passiert schon nichts. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich weiß, ich sollte diese Sachen mit Braun überwinden, aber ich wünschte wirklich, du hättest mich besuchen können. Ja, ich auch. Aber hey, ich habe an dem Tag nichts versprochen. Das warst du. Sie meint. Wir glauben, du warst es. Es ist nicht fair. Ich komme klar. Du musst jetzt auf dich selbst aufpassen. Siehst du? Es ist möglich, aber ich glaube nicht. Nun, ich weiß es. Der Gedanke daran hat mir durch den Tag geholfen. Ich bin bald zurück. Aber ich kann dich jede Woche besuchen. Okay, versprochen. Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Chief Brown kümmert sich um mich. Alle kam gut. Ganz sicher. Kinder? Es geht gleich los. Es tut mir echt leid, dass ich so lange weg war. Ich war so sehr mit allen beschäftigt, dass... Du musst dich wirklich nicht erklären. Ich verstehe jetzt, was du durchgemacht hast. Wirst du mich jemals ausreden lassen? Ach maa. Und dann war ich mit Jaina am Mittwoch Eislaufen. Du hättest sie sehen sollen. Sie raste übers Eis, als sei sie dafür geboren. Sie ist dein Kind. So viel ist mal klar. Hab ein echt gutes Jobangebot, Meech. Als Highschool-Lehrerin für Musik und Geschichte. Mutter und ich haben darüber gestritten. Sie meint, wir sollen zurück nach Savannah. Damit Jaina mit Familie in einer Gemeinschaft aufwächst. Vielleicht nehme ich die Stelle. Niemand ist die Ertaste, als ich diese Worte aus meinem Mund zu hören. Aber... Dieser Ort ist mir echt ans Herz gewachsen. Ich wünschte, du wärst hier, um mir damit zu helfen. Gott, du fehlst mir, Meech. Mit jedem Tacken her. Oh, hi. Hab euch nicht gesehen. Hi. Ich hoffe, wir stören nicht. Ganz und gar nicht. Hey, du bist das nette Mädchen aus dem Vekiladen. Alison, nicht? Ja. Und sie sind... Ihr Name beginnt mit K, richtig? Kendra, keine Sorge. Du kannst dir eher schlecht von allen Besuchern die Namen merken. Und du bist dann... Ihr Bruder, ich bin Tyler. Schön, dich kennenzulernen. Ich... Entschuldigung, aber... Was ist das für ein Dialekt? Georgia, da komm ich her. In Delos bin ich etwa seit zwei Jahren. Aus Georgia, mitten in die wilden Tadaskas? Wie ist das denn passiert? Ja, aber da hast du... Und ich bringe es nicht übers Herz zu packen und... Ihn hier ganz allein zu lassen. Jetzt zurück. Wollen Sie zurück nach Georgia? Das ist die Frage der Fragen, was? Früher habe ich es ihr nie gemacht. Zu kalt, zu still. Wie eine eisige Wüste. Tausende Meilen von meiner Familie. Doch mittlerweile sehe ich es endlich so wie Meeches tat. All diese Schönheit. Geht's Ihnen gut? Ja, ich... Ich wünschte nur, ich hätte ihn nicht verlieren müssen, um es zu verstehen. Ich verstehe nun, dass ich ihn eigentlich nur aus bloßer Sturheit getrotzt habe. Das... Das muss hart sein. Ja. Lass dein Verständnis davon, wie die Welt ist, nie einen Keil zwischen dich und deinen Liebsten treiben. So verschwendet man nur kostbare Lebenszeit. Werden sie dann bleiben? Also, meine Mutter ist der Meinung, Jaina solle mit ihrer Familie aufwachsen. Und da hat sie vermutlich recht. Aber um ehrlich zu sein, ist die Stille hier Balsam für die Seele. Ich muss nicht darüber nachdenken, was hundert andere Menschen tun. Nur ich und mein Kind. Egal, wie ich es auch betrachte, es gibt keine eindeutige Wahl. Was glauben Sie, was Jaina möchte? Sie ist immer dort glücklich, wo ihre Spielsachen sind. Aber wenn ich denke, wie nah ich als Kind meinen Verwandten war... Sie mag es vielleicht noch nicht begreifen, doch ihr entgeht etwas. Wisst ihr... Vielleicht messe ich einer zufälligen Begegnung zu viel Wert bei, aber... Was denkt ihr darüber? Da ist Eiserkasse. Nun, Sie sollten nicht hier stecken bleiben. Das ist eine Endstation. Wow. Okay, nun... Danke für deine Ehrlichkeit. Klingt, als hätten Sie nur gute Optionen. Ich glaube nicht, dass Sie sich über eine falsche Entscheidung sorgen müssen. Ich weiß das zu schätzen. Tja, äh... Wir müssen los. Ich hoffe, es klappt alles mit Ihnen und Ihrer Tochter. Wir sehen uns sicher, Kendra. Schönen Tag euch beiden. Interessantes Gespräch. Ja, dann können wir mal wieder gucken. Unverantwortlich. Hi. Das... Das ist es. Möchte ich. Ja. Gott. Ich... Ich glaube, ich brauche eine Weile. Kein Glück. Ich seh mich mal ein bisschen um, okay? Bin gleich zurück. Ja. Kein Ding. Möchte ich es. Warum erinnere ich mich nicht? Wo ist sie? Ich bin gleich hier. Allyson... Ist sie das? Was zum Teufel war los mit dir? Was ist verbrochen? Warum hast du nichts gesagt? Wir waren doch deine Kobolde. Du hast dich auf dich allein gelegt. Was ist verbrochen? Tessa? Kinder. Ich... Ich hatte nicht erwartet. Was tut ihr? Was tut ihr hier? Sag mal, was machst du hier? Du fühlst dich wohl schuldig, was? Nach unserem Tod sind die Jungs. Die Gräber alles, was unseren Hinterbliebenen bleibt. Ihr Grab verwittern zu lassen, wäre herzlos. Ich bin nicht herzlos. Herz ist genug, unsere Mutter beim Jugendamt zu melden. Ich... Ich wollte euch beschützen. Mary Ann ging es täglich schlechter. Ich hatte Angst, dass wenn alles so weitergeht wie bisher, wäret ihr am Ende... Wären wir am Ende gestorben? Es tut mir leid, dass ich euch im Laden nicht die ganze Wahrheit gesagt habe, aber ich wollte nicht, dass ihr... Schluss mit den Entschuldigungen. Was war los mit ihr? Warum hast du dich gegen uns gewandt? Eure Mom kam immer nur gerade so über die Runden und hat im Laufe der Zeit viel guten Willen zerstört. Es wurde so schlimm, dass niemand sie einstellen wollte. Und dieser Stress hinterließ seine Spuren. Ich wollte helfen. Doch sie stieß mich von sich fort. Sie stieß uns alle fort. Letztendlich hat sie sich von uns allen abgekapselt. Sie war allein und chancenlos. Alles war gut, bis du ihr gedroht hast, uns wegzunehmen. Ich wollte doch nur nicht, dass sie euch mit sich herunterzieht. Sie ließ euch klauen, verdammt. Eure Mutter wollte nie ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Sie dachte immer, sie sei besser als der Rest von uns. Ein verwöhntes kleines Mädchen, das sich als Prinzessin im Märchenwald sieht. Sie hätte sich mit jemandem einlassen sollen, statt verheiratete Männer zu verführen. Frag nur Sam Kansky, wie viel besser das für alle gelaufen wäre. Ups. Oh Gott. Was war zwischen ihnen? Ich habe nicht nachgedacht. Bitte, vergesst das einfach. Tessa. Ich weiß nur, was auch passiert ist. Laura hat Sam dafür verlassen. Aber ich hätte nichts sagen sollen. Ich hatte es versprochen. Tut mir leid, Kinder. Du hättest es besser machen können. Ich verstehe, dass Marianne keine Hilfe wollte. Aber es hätte eine bessere Lösung geben müssen. Besonders, wenn sie wirklich eine Krise hatte. Ja, du hast recht. Ich hätte einiges besser machen können. Viel besser. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich kann leider nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. Könnte ich eure Mutter... Das kann man aber nicht. Könnte ich es tun. Ich verdiene eure Vergebung nicht. Besonders deine, Tyler. Aber wenn ihr mich noch in euren Leben wollt... ...bin ich gerne da. Erst muss ich etwas wissen. Akzeptierst du mich, wie ich bin? Darüber habe ich nachgedacht, seit du nach Hause gekommen bist. Ich glaube fest daran, dass mein Leben besser wurde, weil ich es nach Gottes Wort gelebt habe. Aber ich glaube auch fest daran, dass wir nicht immer verstehen, was er uns genau sagen möchte. Ich habe ihn um Rat gebeten. Und nun, da ich dich hier vor mir sehe, du bist so ein starker und umsichtiger junger Mann. Das muss seine Antwort sein. Das bedeutet mir viel. Danke. Tessa, ich weiß, die letzten paar Tage waren heftig. Wenn du magst, bin ich bereit für einen Neustart. Aber das kann ich nicht entscheiden. Tyler? Ich will keinem mehr verlieren. Und wenn wir Leute nicht mehr geben können... Das ist alles in der Vergangenheit. Das ist doch alles in der Vergangenheit. Ich will natürlich... Auch gerne herausfinden, was passiert ist. Aber was... Haben sie jetzt damit konfrontiert? Und sie hat uns jetzt hoffentlich die ganze Weile erzählt. Was will sie noch daran ändern? Sie hat gesagt, ja, sie könnte eigentlich nichts anderes machen. Ne? Ich habe nochmal scheiße gebaut. Alle irgendwie haben nicht richtig reagiert vielleicht. Um mir vielleicht wirklich zu helfen. Aber jetzt kann man nichts anderes. Wir wollen einfach erst wissen, was genau passiert ist und warum es so passiert ist. Ne? Steht Kokosnusskuchen auf der Karte? Weißt du, das ist sehr gut möglich. Dann sehe ich euch beide morgen. Sicher. Komm schon. Erfolg, Falscheid. Ruhe in Frieden. Dem Friedhof Frieden mit Mami eingeschlossen. Ich habe sie schon aufgegeben. Aber manchmal ändern sich Menschen wohl doch. Ich weiß. Jetzt fühle ich mich wie der letzte Arsch. Tessa fühlt sich bestimmt genauso. Ja, der erste Tag zurück im Büro wird jetzt echt unangenehm. Oh, ich bin mir sicher, ihr beide schafft es nie über diesen Tag zu reden. Ganz genau. Echt unangenehm. Möchtest du dich vielleicht hinsetzen? Einfach so weiterlaufen. Keine schlechte Aussicht, was? Ja. Ich verstehe jetzt, warum sie Friedhöfer an schöne Orte setzen. Macht es etwas erträglicher. Hör zu. Möchtest du dich? Ich weiß, das war hart. Ich bin sehr dankbar, dass du das mit mir durchgezogen hast. Fireweed war klasse. Aber niemand dort war so richtig für mich da. Ja, weißt du, du bist die Einzige. Hey. Bruder und Schwester. Aber in letzter Zeit war es eher Bruder als Schwester. Und dafür will ich mich bei dir bedanken. Das musst du echt nicht tun. Du hast mein Leben gerettet, Alison. Du bist deine ganze Kindheit über ein Fireweed eingesperrt gewesen. Warte. Gibst du dir dafür immer noch die Schuld? Nöchtest du? Ich wollte das so. Es ist nur... Ich habe dein Leben gestohlen, Tyler. Und ist dann total vergeudet. Das stimmt nicht. Du bist auf dem Weg nach Denali. Michael wird ein berühmter Koch. Und was mache ich? Nichts. Nichts? Du hast bald einen Abschluss in Buchhaltung. Und deine Kunst ist gut. Sehr gut. Mach dich nicht selbst runter. Sobald wir mit dem ganzen Mist durch sind, verkaufen wir das Haus. Dann gehst du nach Juno und die Stadt ist voll durch. Bei dir klingt das so einfach. Nein. Bei uns war noch nie etwas einfach. Aber wir haben es durchgezogen, stimmt's? Ja. Du hast recht. Hey. Wo auch immer Ranger Tyler landet. Er sollte ab und an nochmal uns Stadtbewohnern einen Besuch abstatten. Hörst du? Aber klar. Naja, und das dauert ja ohnehin noch etwas. Wir haben Zeit. Oh ja, natürlich. Das haben wir. Tja, jetzt kennen wir die Geschichte also. Hä? Marianne war durch mit Delos und Delos durch mit ihr. Vielleicht war sie zu stolz, aber... Sie hat so lange so hart gearbeitet. Und als sie am Ende ihrer Kräfte war, kam ihr niemand zu Hilfe. Nicht mal Tessa. Oder Eddie. Und als dann das Jugendamt auf dem Weg war, hat sie... Aufgegeben. Aber ihre Kinder töten? Ernsthaft? Ich weiß nicht. Es fühlt sich so an, als ob da noch was fehlt. Oder? Ich weiß nicht, ob sie wirklich umbringen, oder ob sie sich einfach selbst umbringen. Weil ich nicht mehr weiter wusste. Aber wo ist eine Kurzschlussreaktion? Gute Frage. Vielleicht. Ich kann immer noch mehr raus.